haaallöchen und herzlich willkommen und ich habe gehört der nutoka hat viel zu spät auf aufnahme gedrückt böser böser nutoka habe ich gar nicht nein das hörte sich irgendwie so an sonst höre ich das immer wenn der nutoka auf ich habe heute sehr sehr zart gedrückt sag mal können wir eigentlich auch ein me-meta system machen ich mache das tor zu dann kann nix passieren ja ist klar atomreaktor sichern was können wir machen how to save atomreaktor close the fucking door was können wir mit dem me system machen entschuldige ein me-meta system meta meta war das nicht me meta ja ich glaube me meta war dass du aus dass du me meta aus energie produziert und aus diesem me meta dann alles produzieren kannst nee 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 das ist was anderes okay habe ich durcheinander das ist eine andere das ist die norme das normale skyblock wie der 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 kev lps zum beispiel exzessiv gemacht hat da hat er dieses meta benutzt aber das gibt es hier nicht wo lauf ich denn hin ich will es denn bieten nicht ins bett okay okay was mal gucken ob die pilzbienen schon fertig sind die pilzbienen das muss ich genau erstellen eine prinzessin kam raus und der baum hat mich schon wieder gemobbt ja ich weiß was ich machen wollte jetzt mal oh mein gott ich brauche doch kabels 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 kann ich schon ja ich kann schon springen auch wenn ich dabei halb tot bin steigt die biene aber ich habe doch kabels in meinem goldenen sack und da wäre auch die schäfer gewesen so okay dann habe ich jetzt noch mal inzwischen ziel erreicht was werde ich jetzt tun meines quest buch gucken genau genau das ist doch eine gute idee klick hier zu schacht muss ja auch mal jemand machen an klem für wort oh ach ja ich habe ja den reaktor fertig ist ja mein quest muss eben verschwunden naja ich wir holen uns holst du dir bitte als belohnung auch das jelorium ingot 16 stück wenn ich so weit bin ja ich brauche springen ich kann mich dich so gut im spring vorstellen ja ganz bestimmt für kleiner pervers lingo oh yeah oh yeah we want back oh ein tello golem was ist hello tello weiß ich auch nicht das ist schon mal gut ich gebe dir den du bist ja obwohl der du verlierst bestimmt wieder ich mache ein sms system ja genau mache ich ein sms system ich glaube da ist auch noch ein holz golem drin ich habe den jetzt hier hingesetzt jetzt läuft er hier rum du kannst du nur mit einer glocke wieder abbauen dafür brauchst du eins zwei drei vier fünf meter quarts glaube ich und ich glaube auch einen eisen ja das ist eigentlich kein problem ich gucke mal nach der glocke wie heißt denn glocke auf englisch noch mal bell 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 da ist die golemanses bell du brauchst die so golemanses bell und die wird mir nicht angezeigt das rezept dazu das ist natürlich schade ich könnte im taumenomikum nachgucken wenn ich es erforscht hätte ja die wird wahrscheinlich dann so gemacht ach der mit der macht auch keinem was der hat übrigens zwei penisse es hat halt zwei penisse das ist doch geil oder der hat ein busen da wo normalerweise ein penis ist kann auch sein ein busenpenis stell dir das mal vor reaktor warm-up habe ich doch abgegeben ach dies fällig okay komplett ich muss nur ein türbin housing machen dafür brauchte ich glaube ich nur noch dieses hier nicht ja das muss das leider bleiben für bin housing da habe ich grafit habe ich nether quartz habe ich und ein cyanide bahn das muss weg da ist auch noch einer der muss weg das dauert noch ein bisschen warum ist der weg naja wir haben ja zeit in der zeit werde ich mich dann mal den anderen quests widmen was haben wir denn da bees and trees stimmt bielizer manual submit oh nein wurde der bielizer konsumiert das ist ja gemein aber du kriegst ja als questbelohnung aber da muss ich jetzt erst noch ein tree leiser machen und noch einen honig tropfen bekommen ok gucken wir mal nach dem tree leiser sagt mir bescheiß wenn der reaktor in die luft geht kappa kappa wenn ich das noch schaffe glasbane diamant redstone ok das ist ja easy jemand jetzt sind schon wieder keine redstone glas paints hatten wir auch im me system wie der kinsey am rumpelzen ist ey ähm mist ich hole nochmal meinen goldenen sack bitte mein goldenen sack oh ich es reicht es reicht es reicht oh was los ja das ist auch definitiv genug das ist noch ein bisschen bunt kappa 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 warum kommt das nicht hier raus ah ich idiot wieder derselbe fehler wie das letzte mal das ganze muss in den carpenter glas so viel buntes glas ist ja geil ja ich hab da gesagt wir haben ultra viel wir machen ja damit irgendwie nie was ne tree leiser da brauche ich zwei eimer wasser noch und das leerst oh ja oh ja aber gehe ich jetzt von da nach da oder gehe ich von da nach da bekommst später augenkrebs ich weiß es schon ne ist schon gut ist schon gut alles gut ja das sieht vielleicht gut aus aber es ist nicht unbedingt passend zur magie irgendwie wir sind mehr so lila ich bin mal gespannt wie oft du von dem turm runterfällst nehm ich jetzt lila oder nehm ich jetzt lieber das farbkonzept päm 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 türkis lila blau ja türkis lila blau das kommt geil türkis lila blau ich hätte noch ein bisschen gerne noch ein bisschen grün drin ja aber das grün ist so ein so ein schleimgrün ach wir haben zwei verschiedene grüns ich nehm das mag nämlich grün grün ist die farbe der hoffnung du aber meine eltern haben die die hoffnung aufgegeben dann nehm ich dann nehm ich lila wieder raus weil das passt dann nicht mehr ganz so rein irgendwie lila und grün juhu mit realizer läuft aber lila aber grün passt irgendwie nicht zu so ganz so türkis ich weiß nicht ich nehm es mit rein ich nehm es mit rein grün mach ich oben genau oben kommt ganz oben im turm kommt grün wie kann man das denn herstellen kann man das auch herstellen ja verdammt ne wieso zeigte mir jetzt den pulverizer mit ach so hä ach so tatsächlich mal ganz herstellen jetzt bekommt der kommt der carpenter wieder kein strom läuft der pulverizer jetzt zu hart gott wax cast thermion machen wir den hier einfach aus zack was ist eigentlich ein silky ach die kriegt man nur durch bienen was brauchst du was brauchst du silky propolis aus siehst doch wacht ich guck mal gerade silky da werden wir nämlich gutes glas draus machen äh das kommt aus silk kommt raus und dafür brauchst tropical bees noch weit von entfernt ok nö eigentlich gar nicht werden wir schon echt krass nur noch die dann gleich mal in die mache geben ok weit von entfernt glaubst du ich schlaf hier oder was na naja komm du bist nur ein bisschen verstrahlt hat mal geschlafen hat mal geschlafen ja muss auch mal sein man muss ja auch mal ausruhen ne und beten und beten hast du zufällig noch weins die werden direkt zu ähm dings verarbeitet erde also kann ich da hinten theoretisch welche abbauen oder rausholen die landen eigentlich sofort im im eimer also im dings ähm in der tonne ich glaube nicht das ist dann musst du dann kurz das system abschalten da ist irgendwo ein pneumatik servo der die ähm weiterschickt oder ansonsten direkt am baum abbauen ja da kann ich aber nicht abbauen doch ich hab ne schere hier ne ah hier unten sind auch welche ich hab mir immer 25 geholt ach quatsch sag nicht die fässer sind voll ähm keine ahnung ich hab mir nur oh da ist ein ender wo ist mein schwert äh ey du wirst du nicht bedient geht's noch ja der notoka ist schneller ja also bitte ungebetene gäste hier so wie machen wir das jetzt am besten ich habe normales glas das kann ich ja am anfang setzen fangen wir an mit normalem glas ja oh komm stirb doch endlich du gerade mal biene mistvieh ich bin naja hängen wir hier mal weins hin da hin 70 das ist gut oben bin ich auf so bitte die weins bei den bienenstöcken nicht abbauen okay okay noch ein skelett ich bitte nicht geh kaputt nein 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 scheiße achta achta scheiße ich sterbe warum machst du denn sowas weil ich kein schwert dem in den taten anfänger fehler hauptsache die gehen nicht ans licht mal gucken ob der trierleiser fertig ist das muss ich jetzt aufladen oh der carpenter kriegt wieder energie sehr schön und der trierleiser ist joink meins ah da bist du kleiner Affe und wo ist dein Kollege okay ah da oben hast du gerade zu mir kleiner Affe gesagt nein ich meinte das Skelett du Affe alter mann lass das der trierleiser ist auch fertig ja ja graz brauche ich nur noch Honig ich will doch nur einmal hoch um zu wissen wie hoch das ist oh wir haben hier eine ganze Katzenfamilie zwei Babys fick und drei Erwachsene jetzt ist aber hier mehr gut oh alter Schwede Entschuldigung was hattest du mit Katzenfamilie hier ist eine ganze Katzenfamilie cool ah man 30 lässt sich nicht genau durch 4 teilen ja das hast du gut rausgefunden ja nehme ich Standardglas weg aber ich brauche ja nur warte mal das wären ja hier also minus 3 also brauche ich jeweils 9 von denen und das habe ich genau ja das passt auch für die andere Seite wunderbar 1 2 ist das so richtig ja 3 Sand ah ok der nimmt den Sand nur aus der einen Kiste oder 4 das 5 6 7 8 9 jetzt die Frage blau oder lila blau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sehr schön magst du mal gucken warte ist jetzt kein grün mit drin wundere dich nicht grün kommt oben in die Fenster ja ja warte ich bin doch gerade hier ähm am umstellen machen gedönsen und werde gerade noch Sand äh Entschuldigung Entschuldigung das in die Siebe geben so jetzt komm ich ok ja doch hat was ne sieht schon mal ganz nice aus ja ich kann mal von innen gucken sehen die 4 Seiten alle gleich aus oder wie äh ne 4 ich mach auf 2 Seiten du hast übrigens ein Pfeil im Arsch echt da oder 2 2 2 im Arsch und 1 im Bein und sind sie weg ne warte halt still das tut weh schau mal die Pinzette ja hol mal die Pinzette ah Hilfe ich bin nur Nutoka drin ja musst du hier erstmal alles voll stinken ja ja doch sieht doch hübsch aus schön kann man so lassen schön dass es dir gefällt ja so aber du musst schon zugeben vorher dass das halt echt ausgesehen ist ja unter aller Sau unter aller Sau ja hat's auch hat's auch hat's auch hast ja recht hast recht wir müssen uns hier nicht hetzen ne das stimmt allerdings ähm so ich hab angefangen mit Xyanidfarben im Glas oder Xyan Stainless ich glaube auf Deutsch bedeutet das Türkis oder Zyan ja Zyan ist aber mehr Türkis als Zyan boah alter wir haben schon 5 Millionen RF 4 5 6 7 8 9 hast du gehört 5 Millionen Abonnenten hast du hast du gut gemacht nein 5 Millionen RF hat der Atomreaktor schon 3 4 das ist äh grandios 5 6 7 8 9 und vor allen Dingen auch verdammt viel 5 Millionen ja 4 5 ich brauch gar nichts zählen ich brauch nur bis oben ankommen so perfekt 5 dann gehen wir nochmal nach dem Bienchen gucken ob die jetzt fällig sind mit Mausen schön schön so so ist schön hier liegt noch ein Knöchle aber es kam natürlich nichts dabei rum das finde ich kacke ich brauch doch Honig honey 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 mhm tastes so sweet yeah ich hab das sowieso ein erhöht ja dann kann ich hier nämlich noch Wasser reinsetzen genau also entweder da wächst gerade kein Bäumische daneben oder er wächst nicht mehr rein hm ok wollen wir mal hoffen dass das nicht rein wächst sehr gut das klappt auch einmal so lobe ich mir das ach wie heißen denn diese rahmen ähm wie heißen denn diese Bienenrahmen weißt du das apiaries aber nicht jetzt ne Bienenrahmen ne was heißt ein rahmen auf englisch ähm pfff du stellst Fragen ich suche es einfach über die Mod ich weiß was ein Bauschel auf englisch heißt ja toll gleich fällt es mir wie Schuppen von den Augen ja denke ich auch ne unendlich wo ist es wo ist es hä was ist denn die rahmen Rähmchen ja das Wasser ist still sehr schön ich mag lautes Wasser nämlich nicht so dann ziehen wir jetzt erstmal auch gut hoch oder was machen wir jetzt also die Verglasung haben wir ach so ja ich muss unbedingt für Licht sorgen ähm Glowstone da da a frame frame natürlich naja natürlich wir sind beide doof impregnated stick machen wir den auf die höhe da muss ich seed oil okay das ist ja eigentlich easy ich brauch seed oil und holz ja machbar doch das geht auf beiden seiten auf beiden seiten weg da frame gönnt sich ja sonst nichts weiß acht stück was soll ich denn da acht stück das heißt ich brauch äh holz 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 wie viel brauch ich denn dann eins zwei drei auch acht oder ich das richtig sehe ich das falsch frame gut der ist natürlich noch besser da muss zwei holz werden zwei sticks ja das das kennen wir ne normalerweise sind es vier hä du entsinst dich normalerweise aus zwei ne aus zwei brettern sogar wird doch ein stick ja für diese imprägnierten da brauche ich zwei holz für ein äh für ein stick äh für zwei sticks ach so ok zack zack wieder was gelernt ah ich bin schon oben sehr geil immer noch f7 ah es geht ok dann haben wir hier haben wir wirklich genug Licht sehr schön jetzt habe ich wieder seed oil hier drin das ist doof ja naja obwohl ist eigentlich gar nicht so doof ich mache einfach noch ein paar von den dingern ja das ist gut so lassen wir das kann ja bis zu drei tück da rein machen drei tück das heißt noch 16 rinks konnte ich auch direkt mitnehmen sehr schön er hat's dringend gesagt oh wir müssen in zwei und halb Minuten schon wieder abmachen nein ich will nicht nein ich will nicht nein nee 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 ich muss hier noch holz hinsetzen und die treppen wieder runter gehen und holz hinsetzen und die treppen wieder runter gehen ich wollte doch einfach genug holz mit hoch ja aber dann müsste ich ja immer wieder runter springen ah kann ich ja sogar ich hab Wasser da unten hoho oh oh ich weiß schon was gleich wieder im chat steht oh hier muss Licht hin dann machen wir ah das geht ja gar nicht oder kaputti putti vielen dank aber da will ich ja reinspringen das geht ja nicht das kann ich ja so nicht machen so und so und so so impregnated frame und dann brauche ich noch kakaobohnen warum willst du da nicht zu zwölf stück haben wir kakaobohnen überhaupt willst du mir mal welche anbauen sehr geil ja so ist es genau kakaobohnen 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 oh zwei na gut dann baue ich mal welche an weil mit zwei kakaobohnen kann man nicht viel machen ne damit kannst du keinen kuchen backen was was tust du hä ist der jetzt wirklich da ne was tue ich nein nicht du und du redest auch mit mir oder das ist ja witzig ne ich rede manchmal mit dem System ok Kinsey ja du könntest zur Abwechslung auch mal mit den Zuschauern reden und denen jetzt mitteilen dass die Folge zu Ende ist nein ist sie nicht das will ich nicht nein das will ich nicht lass uns einfach überziehen ja ok nein warum nicht Kinsey ach komm schon nein ich bin noch nicht fertig mit dem Agiaturm ja dann kannst du dich ja schon auf die nächste Folge freuen ja ich freue mich tatsächlich ein bisschen darauf und ich habe gerade echt Spaß am Raum siehst du ja siehst du schön hast du eine gute Idee gehabt ja auf jeden Fall vielen Alter ey kannst du doch nochmal gucken komm doch nochmal gucken komm doch nochmal gucken ne jetzt nicht ich bin grad bei dem Beat ich bin schon so weit du hast noch 15 Sekunden ah ok vielen Dank fürs Zuschauen schaltet auch nächstes Mal wieder rein wenn es heißt hier Magiaturm bauen ne reingehauen ciao